Hi liebe Freunde des Rock, ich habe bei King of Bob gewonnen und heute diesen Umschlag erhalten. Ich wollte mal zeigen, was denn in Bobs Rock-Paket so drin ist und ob es das denn lohnt, beim King of Bob mitzumachen. Wir haben hier, ta 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 ta, super geil, ein Feuerzeug, ein Schlüsselband, zwei Rock'n'Roll mit Gitarre Kugelschreiber, zwei Schlüsselanhänger, die gleichzeitig auch als Flaschenöffner funktionieren, dann hier eine CD, die ich nicht aufbekomme, zwei CDs, Pay Pandora, Hunt the Prey, kenne ich nicht, und Kings of Leon, Only by the Night, Kings of Leon kennt man, Sex is on fire. Ja, Sex is on fire. Okay, auf jeden Fall mal was Neues, keine Ahnung, reinschauen. Der wurde mir versprochen, der sogenannte Rocksack, quasi ein Turnbeutel. Und was haben wir hier noch beines? Ah, ein We Will Bob You Plakat. Zwei Sticker. Und natürlich noch, herzlichen Glückwunsch. Wir haben, aha, Musik wissen, muss belohnt werden. Hallo Sascha, du hast bei King of Bob gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Dafür haben wir dir ein kleines Rockpaket, besteht aus zwei CDs, unserem Poster, Bobs Rocksack und viel mehr zusammengestellt. Viel Spaß damit, wir würden uns freuen, wenn du ein Foto mit dir zusammen und deinen Bob Artikeln machst und dieses an Bob at Radio Bob schickst und oder unter dem Hashtag Radio Bob auf Facebook, Instagram oder Twitter teilst. Rockige Grüße, dein Radio Bob Team. Das wollte ich mal mit euch teilen. Und ja, viel Spaß, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.